Musik Du hast manchmal Kopfschmerzen und du weißt nicht warum. Du fühlst dich hundeelend, bringst einmal den Müll runter und verbringst drei Tage auf der Couch. Du hast Bauchkrämpfe, musst dauernd auf die Toilette, dein Kleiner hat Neurodermitis, du weißt nicht warum. Und im Bett geht nichts und du weißt nicht warum. Weil du Dinge isst, die dir nicht bekommen, weil nicht nur dein Darm leidet, sondern auch deine Schilddrüse. Kleines Organ, große Wirkung. Deine Schilddrüse entscheidet, ob du schwanger wirst oder nicht, ob du Anti-Aging hast oder nicht, ob du glücklich bist oder nicht, ob du fett wirst oder nicht und ob du Erfolg hast oder nicht. Ich bin Susanne Pannhans. Ich bin Autorin, gelernte Köchin. Ich habe seit über 30 Jahren vier Intoleranzen von fünf. Und erst als ich gemerkt habe, wenn ich mich da reinknie und mir das Thema zu eigen mache, welche Stellschrauben ich drehen muss, dann kam auch der Erfolg. Ich wurde Spitzensportlerin, ich habe mehrere Welt- und Europameisterschaftstitel mit nach Hause gebracht und habe das silberne Lorbeerblatt verliehen bekommen. Und das kannst du auch. Und ich mache es euch jetzt mal einfach. Dafür habe ich euch ein tolles Kochbuch geschrieben. Mit über 52 leckeren Gerichten. Einfach, schnell und lecker. Stress dich nicht. Nein, schall deinen Kopf aus. Such dir was zum Essen aus und koch das nach. Weil in all den Rezepten bereits alle Intoleranzen berücksichtigt sind. Entspann dich. Und wenn du meine Hilfe möchtest, deinen Erfolg nach Hause zu holen, dann freue ich mich darauf, dein Coach zu sein. Dankeschön. Applaus 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 Vielen Dank.